ja das ist doch mal eine schöne lobby vorne warte ich finde dieses gebiet sehr hübsch auf geht's rondo ist die größte karte lieber so sitzen das ist unsere erforderungsliste hier links ihr seht das ja hier die bilder passen nicht zu dem was da steht aber ist okay wo wollen wir denn hin das erste flugzeug fliegt so das zweite fliegt so linien bleiben zu sehen und ich würde sagen wir gehen hier hinten hin da sind wohl weniger weil dieses flugzeug werden die nicht nach dahin kommen und wir werden ungefähr von hier und von hier nach dahin fliegen dahin zu kommen wir sind er da also das wird geklappt wir sind auch jetzt nur noch jetzt schon nur noch sechs im flugzeug drin und 50 bei denen geht da wohl nicht viel los sein heißt aber nichts mehr so gucken wir uns hier absolut bis jetzt keinen dann werden wir jetzt hier rechts einmal starten schnelle beine los geht's doch da hinten ist einer nee das sind die afk da hinten die die noch drinnen sind wir nehmen erstmal das fahrrad weil auf dieser karte ist ein fahrzeug essentiell ist auf jeden fall wichtig so mein fahrrad ist auf jeden fall schneller als zu fuß wir markieren uns das hier und jetzt können wir warten sollen wir nehmen erstmal schrotz ja ohne gegner zu genau hier können wir noch gucken ob wir was eintauschen können schauen wir mal ob hier jemand da ist die türen sind ja offen wo wir da draußen uns hinstellen fahren wir auch mal im kreis hier also können wir ja da also können wir ja da ich glaube da sind sogar zwei einer im haus und einer draußen wenn man da was reinwerfen dann gucken wir was passiert aber we fern wir das Wo ist der hin, der Dude? Oh, man will walk in, man. Oh, weg damit! Oh, weg! Oh, weg! So, wir laufen schnell zum Auto zurück. Das gibt es gar nicht. Oh, weg! 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 Ha.